so meine lieben leute ihr kriegt eine weitere runde rocket league und ich wünsche euch viel spaß mit der runde und ich komme da nicht ran man alle kommen led auf 30 prozent Was ist hier, Alter? Kein Nitro, mach keine Faxen Reicht mal für 2-0 hinten stehen, noch nicht mal einer in Nudeln Und ich werd komplett in den Reihen gewummt Oh dear Okay. Nein, nein, ich hoffe. Ja, ich weiß, ich mach den gleich aus. Alexa, lösch den Wecker. Nice. Ja, ich weiß, ich weiß, dass wir das nicht mehr tun können. Ich weiß, dass wir das nicht mehr tun können. das war gewollt easy der war bestimmt gefällt dass du zu mir spielst ja 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 nein ich hab ihn noch gerangen ja 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 nein nein fuck up das wird das noch gewonnen haben ich hab doch schon alles verloren angesehen ach quatsch eine Dose das ist ein guter Spieler mal schauen geh los da der wieder voll auf den Zeug mit seinen langen Strich da es ist wahrscheinlich gewollt ja glaube ich auch dass er so einen dicken hat das der 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 hat die 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 panzer hat er sein ding aus dennis nur das so lang wie das tor ich habe eigentlich da gerechnet dass du ihn in die mitte schießt ja das war eine vorlage eigentlich hättest du ihn nehmen sollen dafür kam aber viel zu langsam das war gewollt aber 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 was zurück das war ein verschwärts vor ja weil der war weg prügeln können Warum hast du so ein Auge und gibst auch Gas, wenn ich Richtung Torf, äh Richtung Beil fahren muss? Ich wollte über dich rüberspringen. Habe ich gesehen, wie du das gemacht hast. Hast du mich die ganze Zeit geblockt? Das waren die nur die zwei Sekunden, die haben mir gefehlt zum Beil. Jetzt verlieren wir das noch. Pass auf. Jetzt haben die Blut geleckt. Boah, springt zweimal daneben, ey. Diese habe ich ja gesagt, jetzt kommen die. War eigentlich nur eine Antäuschung. Hast du den? Ja. Ich weiß, er hätte schon längst losfliegen müssen. Wie er mich da geblockt hat, der Faltenkopf gerade. Und wieder geblockt. Das kippst du auch mal nicht. Mhm. Da, geh mal wieder. Ich habe mich da. Hier muss reingelegt. Ich bin viel besser. Die sind bestimmt schon Champion Ultra. Aber ich bin Ultra Plus. Das war mir natürlich. Dafür halten, haben wir aber auch hinten ganz viel gehalten. Komm, machst du. Nein, ich habe ihn schon verkackt beim Annehmen. Ich war nicht zu schnell. Diese Vorlage. Dieses Nicht-Tor. Weil er ihn gehalten hat. Und die wollten die Chlora zeigen, wie es besser geht, aber die haben nicht mit mir überrechnet. Sag, einmal Ansprung gegeben. Tore. Pass in den Lauf. Ey, warum ist hier überhaupt kein Nitro? Hat er mir jetzt nicht noch schon wieder geklaut. Fahr. 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 sind perfekt dahin gespielt ja ja nimm ihn ja aber ich hatte ihn ja da sogar nach da noch zu dir gelenkt ja aber ich stand nicht so schön perfekt hat er da geknackt ja weil er ihn geblockt hat er wäre aber weg gewesen hätte er ihn nicht geblockt so und das war's für heute mit dem video wenn es euch gefallen hat das gerne like und abo damit ihr nicht mehr verpasst und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten blog oder gaming video also haut rein und tschau tschau